Moin Moin und Willkommen zu einem neuen Rocket League Video und heute mal wieder mit Philipp und Blaking und wir spielen jetzt mal Rumble und wir schaffen jetzt mal 5 Runden wo die Server wieder richtig schlecht war und wir haben 3-4 im Gegner Team ok das ist nicht so gut jetzt müssen wir uns beweisen ja so auf Places sind richtig schlecht ja das ist definitiv oh ja Rumble ich habe vergessen dass man dann Effekte bekommt nehm ich gar nicht so am Stiefel warum ich hab üblich einen guten Effekt wir sind aber richtig ich muss einen Effekt richtig gut benutzen der kommt von der Entfernung der Entfernung der Entfernung schade der Scherpempel und erhält Prozent ich habe noch jemanden in die Luft gehört er heißt sie auch mal kennt wir hatten so geile Runden aber da konnten wir nicht reden und der Spielschalter funktioniert auch nicht ist einfach so traurig das Spiel oh komm, wenn der Rindl ist, der ist einfach das wäre nice genug oh, ich verstehe jetzt nicht, wie sieht der Ball wir haben uns einfach gerade zu richtig gemobbt das war echt, das ist komplett dumm ich habe Eisball oh mein Gott, das musste ich gerade machen hä? da gibt es den hast du schon wieder einen Eisball gemacht? nein, das war ja nicht ich weiß nicht ich war der davor ah, der davor war mein Eisball, hä? da muss ich ja noch einen anderen also ich hatte dann ja kein Eisball eigentlich ich habe Spikes bekommen Magnete, sehr schlecht, Magnete, sehr schlecht, Magnete, sehr woooooooh, dieses Timing, Alter ok, ich glaube, meine Spikes nüssen jetzt nix mehr ja, ob du auch, wir haben verteidigt ja, jawoll unser Rindl ist gong aber dieses Timing ist schon wieder einfach dabei einfach gefühlte 3000 kmh, der ja, klar, der, es waren drei der Boxer an schuld ja, sucht ok, ähm, ich hoffe unser Rindl, Rindl, Rindl ja, eigentlich schon, ja gut den kann man sich zumindest auch mal verlassen ja, wir haben guten Rindl, muss man sagen oder waskok Da aber beim Google ist 度 ich habe stärkt ja, ich hätte er auditiert ja weh da kilt und Mensch, kann das consolid er hat sie dann sehen gleich und wir haben einen 3er-Tub hast du ja gesagt und gegen das hin warum bin ich letzter? eigentlich sind wir eigentlich alle gleich jetzt die Papalette haben, ok gut, mal verteidigen Digga ob irgendwas gut ist jetzt bitte Chilportation ich einfach zwei Leute haben von uns im Team für jeden einen anderen einen boost bekommen was ist ich und der random ich habe auch boost bekommen Spikes ich habe für dieoe gelsen easy oh eh ah magnete Magne, Magnete das hat niemand Spikes ja Brian wieso breit auf einmal! So krass Da Gut Let's kick das ist ein zweites Tor der Welt mit Brüder ich habe es nicht einmal bekommen hat er das weiß aber dann war das heilige Schalzleiter um abbreiten da dass sie nicht ist ich habe ein bisschen die Welt ist auch erhebten zu tritt in drei Jahren so heißt er verlieren Prozent verliere aber nun die Schreiber okay auch auch mit der typischen gab er er hat er ist jetzt nicht zu schützen aber nicht zu feiern es Kontrollern erler es ist umweg bei New York und ich hab ihn das ist ein Saukabau aber immerhin das ist leichter aber schon der Stärker E Oberregel und und ich habe ein Teil der Kling bei einer 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 ja dies ist eigentlich das ist so schlecht Klingel ist vor allem ist es nicht er erklärt noch gar nicht er macht einfach nicht mehr ich weiß aber nicht ist einfach so schlicht die Schwach ich habe sie geschrieben okay warte die werden sie ja noch sie er hat mich ich habe spikes mein täscher wieder der ball fliegt also cross the map ich bin 1 cm neben dem ball ja ich habe es von der war sein hechtiger der nicht die uns die schreibe 7 die haben ich habe stießen Held als ob der Markt der Kratz wieder durch Toxic die sind die ganze Zeit zu dritt auf einem Haus man kann die ganze Zeit den Ball nicht kontrollieren ja ich weiß auch schon aber was ich am meisten nicht verstehe ist Tornado was bringt das Stiefel hat so einen leichten Sinn so aber einfach Tornado okay gut ich finde ja so ein übel scheisseffekt irgendwie habe ich jetzt eine schlechte Effekts St okay das können wir nicht mehr verlieren das aber dann noch mal eine Runde spielen das ist halt krass wie kämpft die die gleiche Rang warum liebe ich auch das Game das gleich ist also mein Rang ist er treten da ich mich nicht noch auf Gold bringt das war noch eine Runde spielen ich hoffe es geht jetzt wieder weiter so weil eine Runde ist zu wenig Platin eins schmeckt so sehr platten und und kenschen ok nice Auro ja das ist eigentlich mein Lieberziger wer ist mit uns besser na nacht ist irgendwie nicht so nahe ist er ist so lieben ein Bruder zu beitragen die Sache ist schon hier die Stichwissen nicht weil es sehr gehalten und der Ball ergibt die Becken als Kornel ich habe ja die so schlecht er hält doch so ein krisis kurz ja okay hätte ich jetzt eigentlich macht er muss jetzt ja ich habe die ganze zeit teleportiert und stiefel wie oft soll ich hier jemand noch teleportiert werden wie scheiße der box hat immer noch den box schuhe wenn er feckte er hat sich schon wieder specks meine stärker hat nichts gebracht ich bekomme teleportation nicht oh mann diga diga mann schwierig ja schon wieder specks box handschuhe braucht doch eigentlich immer den ball von den spikes runter bei mir zwei mal schon einfach nicht es hat aber gar nichts gebracht ein box handschuhe ich habe keinen dienst fürstehe was ich einfach hatte die diese so stehen effektlich hat jetzt die ganze Zeit auch schon wieder stiefel da ist gut 50 Stiefel zu müssen ich wusste die nicht zu krass und seitdem er das Beißen ist die Karte Nein 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 Digga, warum fliege ich so weit weg? Spikes hast du auch Spikes hast, Junge okay, warte, wir müssen die eigentlich ey Digga Gegner und ich bin in Luft gejagt, ich bin wahrscheinlich wenn ihr jetzt nen Torsche zu verweilen ja, das werden wir ja so mit dem Bisschen das ist wieder gut so doch komm jetzt komm hä er berührt ihn einmal er fliegt direkt weg ich mach Boxer zu schlag ihn einmal in die Fresse ich lass dir einfach gar nix Digga also Spikes sind schon wieder mega unlogisch ich hab noch mal Spikes, man kennt ihn wow 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 ja oh my god oh my god pfff die, was passiert als ob die alle da einfach so stärker ja ich hab also hab ich zwei Malche miteinander Spikes bekommen das hab ich nein oh my god das ist so krass okay nein, nein warum, hä guck dir das an jetzt komplett unlogisch ich bekomme Spikes, es wird jetzt nix jawoll ich flieg einfach ohne Grund ich flieg als so wie eine Stator ja, ja bei mir ich, ich use Boxer zu ging bei mir Boxer zu springen aus bei uns Spikes bei uns Spikes jemand berührt uns ganz leicht oh oh jawoll stark Digga das ver- kann man sich scheiße irgendwie stumm alter ja ja kann man hier eine Option machen Perfekt-Heiming, ich hab's nie hinten, der Typ nein Digga es ergibt keinen Sinn wie er hier grad geschossen hat WAS? WAS? guter Schuss mach er dieses scheiß Dings aus, Alter hier nur Team, Alter die ähm shit eine Minute, wir haben noch nichts verloren ich hab grad auf den Mutti doch bei mir lekt, Digga, ja wir haben verloren ja dieser random mit mir Busseck ich hab Eisball, Digga immer wenn ich's ja ich bekomm Stiefel, warum? ich hab den jetzt nicht gemacht, das ist ein Eisball ich hab immer noch Eisball ich hab immer noch Eisball warum bekomm ich Schiefel, warum haste ich das Geld? ja Schiefel ist auch so, also Tornado ist eigentlich der schwulste Effekt den es gibt Digga Digga oh, so was? was? ja das Spiel hasst uns einfach ja genau Digga der Ball ist einfach gefühlt schneller als Licht ja kaum das Kapitel werden schaffee ich nicht mehr Zeit hoch in der Zeit guck mal an, ich bringe ich bringe ich rühre den Ball noch ne? ja, 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 ja ja, 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 ja das ist ganz so dumm ja, 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 ja auch noch eine Runde als wer ist eins geworden eins verloren kann zum Ende hin jetzt auch saftiges wo das macht zu wie du oder wenn du wie du herkommen das noch mal ein zu wie du er den Platin Gegner und ich weiß es sind Prozene das ist Gott rei Sonnig nicht eingehen ja das ist nicht mehr oben ach so ach so ich bin immer oh nein ok zum Ende hin noch ein richtig fetter lose diese Map ist einfach entfernt werden ne ok aber da oder ne oh die ich dachte mir schon so kaputt die die schaffst die Luftgejagd ja wir haben schon das richtig ich geb ihn aber vielleicht kamer was ja oh mein gott und so ist pech schon wieder achtschuldig krass latte die gariert wird einfach nur richtig treiblich stehen bleiben ich nicht ein gefühlt haben die so übelst wie buchst du ja nee er kann natürlich so krass berührend der mann kennt ja der bei springt perfekt über mich drüber hat er und sie geht das insumiert kann gar nicht berechnen was sie machen ich konnte ich konnte nicht mehr von der seite drauf fahren ich kann halt von der genau gleichen richtung wieder bei mir spricht er erst nach links dann doch mal auch noch nach rechts die ja das ist gerade so bald irgendwie er hat mich in die luft so richtig trakt sie gehalten nirgendwo ist buchstiger so lange er ist so richtig trakt sich die ganze Zeit randweil keine Hobbysburg die erheben ich habe auch ein bisschen vorgeschafft nach drei Minuten und nur ein ich schieße mich einfach selbst haben ob er das weil er das gleiche Profil wird ja komm das tut wieder Sinn beide rammt den Ball bei uns nice schön jetzt bekommen die Karma weil die mich so oft in die Luft gejagt haben ja für jedes in die Luft gejagt ich krieg dir jetzt ein Tor er wird ich habe er hat uns auch kapiert gar nichts mehr in seinem Leben als zwei Nullstück irgendwie auf dieser Map kann ich irgendwie gefühlt gar nicht es liegt nicht wirklich an der Map aber irgendwie ist wie sich halt so an als ob das was anderes die Atmosphäre ist komplett anders oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott da ist wirklich kein Bock mehr weil es zwei Nullstück ist und die Masse der Ball in 3 das wäre doch eigentlich hochgesprungen ja Lurie nämlich auch was mit der Speicher das kommt in Südien Ohrlei ist okay da können wir direkt noch eine Runde spielen oder wenn die auch kapitulieren auf der Map können wir nicht das Ende machen nicht ja kaum mehr vertreten ich habe wenn wir in die Luft kommt los ich bin ich beischern so ich schreibe n jetzt bitten nicht mehr und tut die Nähe zugezogen auch schweiß die die vorhin kommen und die zu kommen und die der gleichen Gegner ja auch die das das ist ja nice da würde ich nichts dagegen sagen bei den gleichen Gegnern ok und ja ok hatte ich übelst lange nicht mehr das Konz kolossieren ja auch nicht mehr hab ich komplett vergesst endlich nice nice warte ok rot die hb auf der mädchen sich das was heißt ok ok gut ich bin jetzt der meinte irgendwo nein 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 ja die ersten fahrt sie können es nicht so stimmt wer wird er fehlt ja ich wollte den boost holen und dann sehe ich auf einmal wieder Ball dahin fliegt deswegen hätte ich auf den Ball fokussiert hätte ich ihn geholt aber ich ich habe halte wenn ich auch zum boost fahren ist die Autokamera an ok was jetzt naja das Auto ja ok wir kassieren anstagen da vorne na獄 dann early j sich besser ob es ist es nicht ich hätte es ein bisschen später gemacht er wird bestimmt so fast wieder ja deswegen bin ich nicht gesprungen hatte Angst dass ja komm 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 nein Ich hab die Typen jetzt weg. Was machen die? War einfach weg. Okay, 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 okay. Ich wurde gerannt von ihm. Ich wurde so hart gerannt von ihm. Bei mir saß einer schon wie viel so aus, als ob es Inside war. Guck, die könnte nicht mehr den Ball sein. Oha, oha, oha. Okay, das fack mich jetzt ab. Wieso ist der Ball immer so schnell? Die haben gerade so viel Lack einfach. Hä? Hä? Wieso fliege auf einmal doch in die falsche Richtung? Ich stehe auch in die Karten nicht. Ich hab gleich diesen einen Typen hier in diesem Auto in die Luft. Ja genau, als ob er einfach dort spawnt, wo ich langfahre. Nein, krieg ich nicht mehr. Ja genau. Mann, so lucky Gegner, Mann, Digga. Bei uns ist der Ball zu höchst der Träne. Hä? Weiß schon. Diese Linie muss man eindeutiger markiert werden, Digga. Das ist so dumm. Ey, er spawnt genau da, wo ich langfahre. Geil. Da Ball gibt's liegt dann noch gefühlt so richtig across the map zu uns mit. Kannst du auch noch mal? Ähm, ja gut. Ja, wo... Äh! Wieso fliegt er da hin? Warte, wieso ist er jetzt da hingeflogen? Also, okay, das war gerade unlogisch. Der geht rein. Jaaaa. Nichts verloren, aber... Digga, ich schieße. Also, ich spreng gegen den Ball. Er liegt erstmal komplett. Fertig! Oh, wieso? Jaaaa. Die Datsache. Die Datsache. Die Datsache. Die Datsache. Die Datsache. ey nein Uda oh mein gawd Ihr geht mir von dir hin, die wohnen ich wohnen, ich hab kein um er wird am tor kämpft zwei kämpft kämpft die ganze zeit am tor was hat ich gerade probiert nein 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 also auch mal und begann es nicht abgeschobst ich habe ich habe auf jeden Fall das ist und ich bin so ist ich nicht dabei geht mehr zu unserer richtung also er schubst mich und den Ball weg und das macht das ist was wir haben vor eh was ist das ich kann nichts machen das er kommt der getragen die kaufen nicht es ist wieder möglich das mehr so weiß noch so von den Städter dass er gegen den Fassen geht das er gefasst ist er das ist so ein Teil die könnte er gerade mehr Buss haben als ich dieses von D was ich hab den Ball berührt Obo er war okay da kann man nichts machen ging so schwule geht ja Janik die gar das kapitulieren sie dürfen nicht so sieg bekommen durch die es bisschen das ist so dumm deren timing ist einfach perfekt also nur perfekt auch die gab und ich stehe weil ich ein ein die kommlichen Anwalt andere Intimates die das kann ich uns zuletzt und sein bei so schulengegner und wir hatten so ein Traumhäte zu geben selbst in Bochity gibt so viel Modus Rebo denkt sich so immer besser für alle die Solokie spielen könnten so dass auch immer abgefachsen okay Spannert okay ich habe irgendwie ich komme langsamen Hunger das Video wird aber relativ oh, nice, oder? oh, nice sah gerade so aus so ist ein Trübfer ja okay, bei mir lagts ne bei mir sind die ganze diese Würfel ja, Digga, was ist das für ne Scheiße schon wieder warum blinkt das jetzt rot ne ne, das fühlt sich an wie Aids ne, Digga ja, Digga, das fühlt sich so was an, wie Aids eh hee Habe, Habe Digga warum sind die Server gerade wieder so gefickt warum sind die Server so gefickt weiß Dank weiß nicht weiß nicht, warum das auf YouTube hochkommt, alle aber kommt auf 100 prozent hoch also wenn die würfel mal aufhören zu bringen das ist doch das mit den servern wie mit internet weißt du mich nicht blüht mal l1 einfach die pingel hast du mit l1 machen das wenn man anders kennen das muss ich glaube auch was mit der playstation zu tun haben habe ich langsam so gefühlt aber plästig ist wo bitte 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 aber wir haben noch mal weg wir haben was mit der playstation zu tun haben jetzt ist übelst warm also früher ich hatte mal so eine woche da ist jeden tag einmal abgestürzt da habe ich so mir gedacht warum heute auch ein hohen hä ich habe mich auch zu gewinnen aber müssten die nicht dann auch ein scheiß ping also hohohoho hey komm du bist verarscht mit bald dieses scheiß äh man hat sich als 100 abhängen aber dieses groß passt der auto gar nicht mehr die gingen die gingen das war warte, da stand grad irgendwas Paketverlust, hä? ach so, wer ist das Paketverlust? was ist Paketverlust? uuuuuh hab du das doch bekommst was ist Paketverlust? keine Ahnung mehr was das ist das Jurassic Park Auto nein, das war ein cheapen Jurassic Park ja, das ist der Jurassic Park auch ich weiß, der eine hat einen Ghostbusters Auto den anderen hab ich grad nicht in den Punkt er lernt doch diesen Dings schieben ach schau der diese Dreiecke facken echt ab oder Vieriecke Ecke, so Brammer, ja Moin Brammer, ja Brammer, auch dieses komische Scheiß Auto Jurassic Park ja, das ist Jurassic Park nicht so, kauft man sich so ein hässiges Auto für 2 Euro ja, ok es ist ja nur 2 Euro, aber trotzdem kann man sich auf jeden Fall zum McLaren kaufen lieber diesen Nissan kaufen ich bin lieber da, ja diesen Nissan, der sah sogar aus dem Wildschirm auch kaufen ja, das zu belassen dass das, dass es diese Autos nicht mehr gibt ja oh, kein Gott ok, ok ok, ok, ok ok, komm, komm, den Krieg frei, let's go wie viele Vorlagen ich jetzt schon hab, Dinger 3 5 1 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 3 2 Echidiger sie auch gut was habe ich nicht ob sie geteilt was ist immer er ist als Auto Dinger weil sie die Hälfte Barbar war Prozent der deutsche Körbe der mit Jurassic Park Auto kommt aus Afrika wenn wir die Fakten vor Ort aus Afrika wo wir aus dem Weg ich bin gerade den Ball ist der bewegt sich dieses Scheiß-Auto-Digger jetzt kaum großer Scheiß-Ressi-Pack-Auto okay warte Das war niemand da? Ich denk mir die ganze Zeit so an, als ob wir gegen niemanden spielen. Ich sag, das wird der Abschluss, ja. Weiter mit diesen 4 Ecken würde ich einfach spielen, Digga. 10-1. Komm, wir müssen das 10-1 schaffen. Außer wenn die kapitulieren, das wir halt belassen. Oh, der andere ist. Aber ich glaube, die macht es nicht. Ja, hätten die schon längst kapituliert, wenn sie wissen, wie das geht. Ui, okay, komm, komm, komm. Na, nee. Da hab ich auch diese scheiß Uhr, Digga. Da gibt's ja Ping, äh, es fack ab. Scheiße, ich hab mich falsch, ne? Okay, komm. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay, was? Na, ich denke immer so, ja, okay, den schau ich nicht ab. Und dann so auf einmal, ist es doch kein Tor, Dreh mir so, Hände. Ich wär' ich lieber drauf gefragt. Warte, 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 warte. Komm. Aufwarte. Dann noch eine Minute Scheiße, und wir müssen. Ja, wenn wir, wenn, ich muss noch ein Tor schießen, dann ist es alles. Okay, komm. also das hat auch keinen Sinn ergeben oh nein, alles ob das ist halt ein 7-1 obwohl, was hat der auch für einen Boost, das sieht auch so richtig wie die, er hat immer noch nicht aufgehen ok, weißt du was, weißt du was wo ist der Typ? den wir nicht in die Luft gejaggen oh, heee hat die, hat die immer gesagt ja ok und was schreiben muss na aber das war ein geiles Video für heute und auch nicht sehr langes ja, ein paar Looses, paar Winns aber ja damit beende ich dieses Video und bis zum nächsten Mal Ciao Bye und bis zum nächsten Mal